Musik 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 Darf ich dir mal ein Kumpel vorstellen? Ich sehe doppelt Vier Beppers Vier? Das kann nur Eingeben Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Live and burn, sage ich immer Jetzt muss ich das Ding nur noch irgendwo abstellen können Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ich habe keine Saft mehr Jo, das war's dann wohl Alter, halt die Schnauze Das heilt ihr nicht aus, ey Oh, so ein cooles Manöver und so eine Katastrophe Nein Na gut, dann werde ich auch mal wieder eins bauen Schließlich muss ich mir hier keine Ratschläge von jemandem geben der mit voller Wucht ein Schiff in das andere gerammt hat Na ja, erstmal war das nicht volle Wucht Zweitens war das volles coole Manöver Das ziehen wir uns mal im Videobeweis rein Ich habe keine Saft mehr Jo, das war's dann wohl Alter, halt die Schnauze Ja, also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich bereit Glaube ich Vielleicht Jo Machen wir nochmal schön das Lebenserhaltungsmodul filmen hier solange es noch ganz ist Okay, Triebwerke funktionieren Heute, am 29.03.20 haben wir uns zusammen gefunden Moment Ihr heiratet niemand Okay, wir bringen das Teil zur Tempest Station in den Orbit mit einer Triggerrakete von mehreren tausend Tonnen Wir starten in T-10 9 So, zweiter Versuch Selbstverständlich der erste Oh tja Letzter Versuch Danach Backflip Deskflip in 3 2 1 Wir heben ab Gerade so Sie packt es Ich denke auch Wir nehmen an Geschwindigkeit zu Ei, 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 ei Wir haben Sichtkontakt Fieses Geräusch, Alter Als du die Dämpfer angemacht hast Ja, irgendetwas schmirgelt da drin ab Es ist reines Ballett Es ist reines Ballett Es ist doch ein reines Schiffsballett hier Ja, das ist eine Schmerzen Er ist eine Schmerzen 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 1 9 8 9 7 8 9 10 10 12 ok du kommst ein bisschen schräg rein ja ich sehe schon so r-band ausmachen sagst du ja kann man den umkehren ja kann man umkehren noch mal zieht die luft ab von dir aus ich stehe direkt auf dem connector ich muss ja nur nach oben gucken musst du da aber auch gleich raus ich mit denen mit denen das müsste klappen ganz ganz klein ich muss meinen ja ja er wurde jetzt nicht gezogen und verbunden einmal kurz hier die vier drücken glaube ich den booster abtrennen pistonsolar heißt die und dann die gruppe und ja und dann machen wir reverse und gönnen den stream aber es klemmt bestimmt auch noch an einer oder anderen stelle ich habe das ja unter doch nicht da kommt es ist ja unter schwerkraft gebaut der seite gucken auf der seite gucken ja unten klemmt da aber gut aber gut ja 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 ja